Die XP und alles da und dran halt, er ist einfach wichtiger. Dem Fall definitiv einfach wichtiger. Ja, da guckt's her, oder? Bei mir ist es wurscht. Ich kämpfe gegen ihn. Ah, vielleicht schließt er sich auch gleich an? Ja, er schließt sich auch an. Sehr gut. Haben wir gleich wenigstens gleich doppelt gemoppelt. Also, würde ich nicht sagen, ob er zu sieb schon sehr sexy ist. Die Däge sind sehr, sehr sexy. Muss ich schon sagen, muss ich schon sagen. Also, umso mehr, umso besser. Also, könnten noch mehr sein. Könnten wir zur 10. oder zur 20.au herumspazieren. Also, wenn's nach mir ginge. Jedes Mal das Gleiche, jedes Mal. Es könnte immer mehr und mehr sein. Für mich, die ganze Leiste bis unten könnte rappelvoll sein. Für mich, die zwei Nebenviecher, die sind sowieso quasi irgendwie... ...gefühlt sind sie nur geschichtlich da. So könnte man's, glaube ich, am besten formulieren. Meiner Meinung nach. Die sind irgendwie nur geschichtlich da. Mehr nicht. Ja, aber es ist eh ein bisschen streitschlichten. Ich hab dazu. Na, hallo? Natürlich, das mal. Obwohl, das ist nur eine scheiß Münze. Ja. Natürlich, das ist nur eine scheiß Münze. Wieso? Das ist das Bilde. Wie bitte? Ich bin schon wieder fertig. Ich bin schon wieder fertig. Juhu, fahrt. Wenn man da kommt, weil der jetzt kracht so richtig. Etc. Ein Scheißtrick. Oder ein Scheißtrick hat's kracht. Hammer. Das Einzige, was da jetzt kracht hat, ist das Heißleiter, weil ich's voll gestopft hab. Scheiße. Ja, das ist zu einfach. Komm nach mir, und das ist, was du kriegst. Wenn nur du nicht schaust auf dein eigenes Auto schaust. Ah, jetzt muss ich nur schauen, wie ich da zu dir raufhe komme. Ah, wie ist hier lockerflockig. Kommt man hier locker raufhe. Da, komm her. Jetzt haben wir mal einen stärkeren da. Äh, also. Also, die Stärke habe man... Ja, aber, äh, 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 ä Nächste Fusion gleich hinter uns. Sehr gut. Wir haben dann eh auch schon, nachdem wir dann da quasi Rang 10 sind, haben wir dann die dritte Fusion. Also, ich glaube, die dritte Fusion haben wir dann, will ich jetzt einmal sagen. Ich hoffe nur nicht, dass jetzt schon. Ich zögere das bis zum Letzten hinaus. Bis zum Letzten. Dass ich halt einfach diesen Scheiß heiler nicht nehmen muss. Ich zögere das bis zum Letzten-Moment raus. Bis zum Letzten-Moment. Oh, kämpfe gern. Kämpfe gern. Wir haben eh schon von weitem geschaut, gehabt, so sehr was. Deine Kumpanen da bei der Seitentaktik können ruhigst vorbeischauen. Die brauchen nicht da, wo nur spazieren, gell? Die sollen auch was tun für ihre Hocken. Ja, endlich haben sie es gescheckt gehabt. Endlich haben sie es gescheckt gehabt, dass wir hier auch sind. Mh, nächster Rang, wichtig und richtig. Muss man, muss aber auch irgendwie urweh tun. Da wird gerade eigentlich eher mehr die weiße Seite dennoch irgendwie vernichten und nicht die schwarzen zum Beispiel oder so. Geht das ja aber dann wieder ändern, wenn man vielleicht einmal auf so eine weiße Kolonie trifft, die, was das dann vielleicht auch noch akzeptiert. In dem Fall. Also, man könnte eher so sagen, so mal so, mal so. Alter, das ist einfach ein Bus. Schon noch ganz kurz. Ja, wir sind da rein. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Eh, dann schon Rang 9. Ja, da müssen wir eigentlich dann nur quasi Geduld haben. Das ist wenigstens, wenn wir schon jeder Rang 10, dann tun wir wieder wechseln. Ich würde mal sagen, wenn wir mit jedem Rang 10 sind, dann hole ich mir was zum Trinken. Das wäre nicht schlecht. Ja, das ist, ich glaube, das ist ein guter Deal. Das ist definitiv ein guter Deal. Da habe ich dann eh schon den Ur durchscht und alles da momentan. Das passt dann schon. Ach, wie hat denn auch, Alter, schminkt dir wie die Presse aus. Schmeckt. Wir sind dann quasi mit zwei, sind wir, nein, mit drei sind wir dann sogar schon fertig. Das ist dann quasi die vierte Waffe, die was dann auf Rang 10 ist. Es muss, oh ja, es muss dann die vierte Waffe sein. Ich gehe da jetzt trotzdem mit Absicht auf. Weil wir können ja nicht sicher sein. Oder einfach nur, weil wir es können. Das ist, das ist der Hauptgrund. Weil wir es können. Gleich habe ich das Hinterteilchen. So ein kleines Stözerer. So ein kleines Popo-Klatschen. Kleines Popo-Klatschen verpassen. So gehört es ist. Allein schon nur von den Punkten her. Ich bin sicher. Der ist schon von der Weite zu deppert. Wahnsinn. Oh shit. Ich werde mal ja gehen. Ja. Ich bin sorry. Ja. Die Befürchtung war sehr nahe. Aber interessant. Aber interessant. Da muss es dann irgendwo einen Weg runter geben. Interessant. Es muss einen Weg runter geben. Ich tue jetzt wieder auf Automatik. Ich kann hier wenigstens was trinken, Bruder. So. Den letzten Rest auch noch rausgekitzelt. Sehr gut. Aha. Den ersten Kandidaten hätten wir dann schon einmal. Was wäre. Nein, 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 nein. Da würde ich aber auch aufgehen lassen. Ja. Da gehe ich dann auch auf. Ja, vielleicht bei der linken Seite. Ja, dass man vielleicht bei der linken Seite auf entspannt irgendwo runter gehen kann. Ja, weil es sind wir nicht ab. Aber ohne runterhupfen geht damit nichts. Theoretisch gesehen. Und man rutscht ja gleich oben. Das ist ja wieder das. Oh fuck. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Ich habe nur den Automatik-Haverer drin gehabt. Kann passieren, oder? Ja, 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 meau, 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 meau. Nee, kann noch passieren. All der voll doch die Automatik drin gehabt, aber auch volle Wäsch. Voll lehreisch. Vielleicht müssen wir es auch durch die Negentumel. Das kann auch möglich sein. Es wäre schon... Es wäre schon ein Hit. Wäre definitiv ein Hit. Ich würde mich auf die Zeit machen. Sonst? Sonst? Ich überleg grad, wie soll ich sonst da runterkommen? Ist doch vielleicht so ein Wegerl. Ah, das Risiko wäre jetzt ein bisschen zu weit hoch gewesen. Weil ich kann da auch nicht drauf klettern oder sonst was. Ich kann eigentlich quasi nur mit Glück irgendwie sagen, dass ich das vielleicht überlebe. Prinzip. Ja. Das würde mich jetzt aber interessieren, wie ich da hinkomme. Ohne zu krepieren. Das ist so bereit für das. Das Wegerl, das Wegerl muss mir jetzt auch noch zeigen. Nein, nein, das... ...muss ich jetzt wissen. Das will ich jetzt wissen, Alter. Geh jetzt einmal mit Absicht den Weg. Gibt's ja nicht, Alter. Das... Musst mir zeigen. Musst mir zeigen, wie ich da herkomme. Havara. Simon und Hub. Aber wie, Alter? Ohne zu klopieren? Fix nicht. Du, sichert habe ich schon mal den nächsten anvisieren. Weil der... Er schaut mir da noch ein bisschen zu gechillt aus. Er schaut mir definitiv ein bisschen zu gechillt aus. Ich würde mal sagen, FUSION. So geht doch nicht. Scheiße. War zu früh dran. War viel zu früh dran. Ist der jemand, der auch herkriegt und kriegt. Ist der jemand, der tut mir leid irgendwie. Der Checkwit. Hehehe, das gute ist. Der hat's genannt mit, wo die anderen waren. Also, wo der andere war mit seinen Hoppen. Sehr gut. Ja, okay. Also, ich habe dabei jetzt nicht wie gefühlt dazu zu sagen. Bist du am Arsch, Digi? Bist du am Arsch? Havara. Würde mal sagen, zwei von uns sind schon mal in Rang 10. Ja, eine würde ein bisschen lang noch brauchen. Scheiße, Heilerin. Die depperte Heilerin, die wird uns, die wird noch ein bisschen länger brauchen. Sag's dir. Hat eh 100. Karotte. Scheiße. Gehen die nicht eigentlich eh auch aggressiv? Ich wollte es gerade sagen, so ein bisschen aggressiv vor. Weil die nicht eh uns gleich immer gleich attackieren oder so. Meistens jedenfalls. Beißfleder. Wie einfallsreich. Sehr, sehr einfallsreich. Aber dennoch, mir ist das jetzt ehrlich gesagt wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Wahrscheinlich kommst du eh noch da so hoch, ey. Aber, ich würde es wirklich interessieren, so... Wie komme ich daher, ohne zu sterben? Weil das wäre jetzt... Wenn es ganz ehrlich ist, das war jetzt aber auch noch so ein bisschen so auf Zwinker, Milker, Glückelli. Das wäre jetzt aber wirklich auf ganz, ganz fest Augen zu. Ich sehe eh nichts. Glücke. Das tut es. Gehen wir mal hin. Normalerweise 20 mal hin. Normalerweise 20 mal hin. Safe. Und hauptsächlich auch wegen der Kiste. Dennoch. Du würdest beinahe krepieren. Ich hätte aber unten nichts gesehen. Das stört mich gerade uns geheim, weil ich von da nicht raufkomme. Ich hätte keine Fähigkeit oder sonst irgendetwas, wo ich sagen könnte, ja, pass, ich chill mich einfach auf. Weißt du, was ich mache? Ich habe nichts. Und ich habe dann, wenn wir sich ehrlich sind, ich habe ja doch relativ viel Leben meiner Meinung nach. Wirklich viel Leben. Gegensatz zu den anderen Crewmitgliedern. Und da ja, trotzdem habe ich es nicht überlebt. Musst mir jetzt unbedingt zeigen. Musst mir jetzt unbedingt zeigen, wie ich daherkomme. Das kannst du nur mit runterhupfen. Das geht nur mit runterhupfen. Oder es gibt irgendein Wege, was ich übersehen habe. Ah, gibt es mir wieder so ein Shiny. Shiny muss ich heimdrehen. Na komm, woher da? Ich komme eh gleich zu dir, Shiny. Ich komme eh gleich. Ein nach dem anderen. Ein nach dem anderen. Ich würde mal sagen, das sind schon ein paar krepiert. Das sind schon ein paar krepiert anscheinend. Ein nach dem anderen. Sind die nicht auch ab und zu mal so besell agressiv und sagen, ich will auch gleich wieder weiter. Das sind wir da, glaube ich, schon mal so viel auf einmal gehabt haben. Kann das ganz gut möglich sein? War der Shiny jetzt dabei, oder nicht? Der, der wollte es wieder auf ganz Leiband machen, der Shiny. Ich bin die Mädchen mit der Gau. 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 Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, dass die nur auf die Viecher losgeht, das ist mir schon klar. Hm. Ja, aber nur die vier, also seien wir nicht ab. Das sind keine Gegner. Selbst wenn die Level 100 sind. Okay, die haben quasi nicht den Ultimativen. Die haben nicht die Mega oder die Elite, die haben die Champions jetzt am Start. Champions League ist das. Ja, trotzdem sind die jetzt gerade nicht wie gestärkter als wie sonst. Also seien wir nicht ab. Iggy. Die erledigt die trotzdem wie nix. Ach, schwer sind die jetzt nicht. Also, hätte man von den Champions ein bisschen mehr erwartet. Oder, na, das sind, na, ultimate. Das sind die Kögel. Das ist dann schon wieder ein Rot-Aranche. Es muss die ultimative dann sein. Da warte ich mir dann doch ein bisschen mehr. Aber ich würde ja sagen, die wirken eher nicht einmal wie Elite. Wirken definitiv. Aber mal schauen. Oh, cool. So kann man es auch machen, damit man zu der Wahlreihe kommt. Bin ich definitiv dafür. Bin ich definitiv dafür. Aber ich frage mich eher, was noch so alles zu drehen ist. Und wir werden sicher auch ein bisschen Flöte spülen. Wir brauchen noch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Dafür tun wir mal wenigstens den hier machen. Ah, schön einmal wieder zu zweit. Schön, 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 schön. Da war noch ein bisschen was Rotes. Also das will ich auch einmal wissen. Diese ganzen scheiß verfickten Punkte und alles. Will ich unbedingt einmal wissen. Ich wollte es gerade sagen, so wie bitte Level 55. Okay, ich wollte nur allgemein einmal so ein bisschen. Aha, das hört man so quasi den Fortschritt. Das ist auch nicht schlecht. Ich wollte jetzt mal unbedingt wissen, ungefähr was für ein Level das ist. wie ungefähr unser Fortschritt ist mit der jeweiligen Mission. Wir sind eigentlich relativ gut bei uns. Stufe 17, Stufe 22. Finde ich schon gut. Finde ich schon wirklich gut. Jaaa, kann man vielleicht jetzt mal halten, was man möchte. Kann ich jetzt noch nicht wirklich viel dazu sagen, ob das jetzt wirklich geil war, was ich jetzt gekriegt habe oder nicht. In dem Fall. Bein hart gesagt, könnte ich jetzt nicht sagen, ob es geil ist oder nicht. Ich habe jetzt kurz überlegen müssen, ob ich vielleicht sogar nicht doch die Schnellreise ausnutze. Aber dann denke ich mir wieder so, hm, wieso denn, wieso denn? Gerade bei so einem Spiel stört mich eher das Nichtreisen überhaupt nicht. Ich weiß nicht, das hat irgendwie das Spiel an sich, das ist einer der Spiele, wo es mich überhaupt nicht stört, dass ich da keine Schnellreise habe. Also schon Schnellreise schon habe, aber nicht nutze. Es hätte schon wieder in die Hose gehen können. Es hätte definitiv in die Hose gehen können. Interessant, dass er sonst nicht klaufen wäre. Hm. Okay. Automatik ist weg, aber er wäre halt. Er wollte einfach nicht laufen, der Bub. Ohne Automatik jetzt gerade. Ein kleiner einer Trissiger, der wollte mich unbedingt Meier machen, habe ich so das Gefühl. Wollte mich fix Meier machen, ich sag's euch. Der Hund. Komm schon, Digi, nächster Rang. Ah, die Milu braucht auch noch? Ach so, wo ist das? Ah ja, sie ist die Heilerin. Sie ist die, die wir so lange brauchen, gell? Na, 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 na. Der Lance ist der Hardcore-Heiler. Ach so, wo ist das? Ach so. Ich bin die Mädchen mit der tomarme. Justine! Boah! Ich bin die Mädchen mit dem dringend Angriff. Ich will den Aether hier erwähnen. Ich werde den Aether hier verwenden. ein Lager gehabt, wo wir uns gefreut haben. Oh, Wasser, dies zu sehen ist. Ja, ist aber auch gescheit, dass sie sich da herhauen wegen dem Wasser. Aber dennoch finde ich halt lustig. Ah, da wird sich einer gefreut. Oh, meine Kommandeurin. Ja, endlich bist du wieder hier. Der hat da bloß überhaupt das Leben nicht. Oh, mein Gott. Ich ging um die Medikamente zu holen. Distribute sie zum Medikament. Ja, Mama. Ah, warte. Nein. Ich bin entschuldigt, dass ich dich schaffe. Nur, bitte. Ich habe... Ich verstehe deine Gefühle, aber... Ach. Das ist zweit, du hast mir geholfen. Ich schaue dir noch eine andere. Nein, keine Angst. Wir arbeiten von unserer eigenen Freude. Dann, um deine Erwartungen zu retten, ich werde wiederholfen, zu werden, dass wir uns geholfen haben. Komm, Boliaris. Uh, komm. Was? Ethel. Hm? Was ist falsch, Noah? Ich dachte mir, was du gesagt hast. Die Aktionen, die du glaubst, nicht immer zu guten Ergebnissen führen. Hm. Wenn jemand wie du das sagt, dann warte ich nicht, dass es wahrscheinlich wahr ist. Das stimmt. Das stimmt. Aber, damals, du hast uns geholfen. Dank an dich, wir sind jetzt жив. Ich kann sagen, mit Sicherheit, das ist ein guter Ergebnis. Das ist die einzige Sache, die ich sicher bin, eigentlich. Noa. Und wir haben dich nicht richtig geholfen. Aha. Also, wir haben wir nicht. Oh, ja. Ja. Silvacoat, Ethel. Wir wollen, formally, danken Sie für Ihre courage. Ich kann gar nicht erkennen, die drei von Ihnen. Ich werde weiter machen, um mit meinem Namen zu leben. Und geschafft. Sehr gut. Ja, IP. Gut. Es bin, ja, sehr, sehr gut. Neuer Hell. Klassen Erbe. Oh, können wir sich das nehmen, oder wie? Das ist ein Hit. Das ist richtig geil. Okay. Das ist richtig geil. Okay. Vielen Dank.